Das mittlerweile 14. Weihnachtsbaumwerfen in der Blankenburger Straße in Saalfeld fand am 6. Januar statt. Ab 15 Uhr erschienen viele schaulustige und sowohl kleine als auch große Werfer. Die Weitwurfstrecke wurde vorher entsprechend aufbereitet, sodass beste Bedingungen für die Werfer gegeben waren. Die bereits langjährige Tradition hier in Saalfeld ist weit über die Stadtgrenze bekannt. Bürgermeister Dr. Steffen Kania eröffnete das Weitwerfen und legte eine gute Strecke vor. Lange konnte dies aber nicht standhalten. Zunächst allen Sehern des Saal Info TV ein gesundes neues Jahr. Das Jahr fängt traditionell immer mit dem Weihnachtsbaum Weitwurf in der Saalfeld-Fußgängerzone an, der vom Werbering organisiert wird. Und auch in diesem Jahr haben sich wieder sehr, sehr viele Leute eingefunden. Also die Resonanz ist riesig und es ist immer ein sehr schönes Datum, sehr schöner Termin im frühen neuen Jahr. Herzlichen Dank an den Werbering, der das wieder in sehr guter Art und Weise organisiert hat. Und allen weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und ein gutes Jahr 2024. Selbst die Kleinsten waren voller Ehrgeiz. Auch unter den Kindern wurde sich kein Zentimeter geschenkt. Hier wurden alle Kraftreserven gebündelt, um den Baum so weit wie möglich zu werfen. Merle aus Erfurt und Florie aus Saalfeld trafen wir nach ihren Würfen. Also ich bin heute zum ersten Mal hier, weil ich wollte das halt mal so ausprobieren, wie das ist, den schweren Baum zu werfen. Und ich finde, es hat sich sehr gelohnt. Ich bin mit meiner Cousine hier und ich wollte da das Weihnachtsbaum schießen machen, weil es mir Spaß macht und ich habe fast bisher drei geschafft. Die Schlange wurde nicht wirklich kleiner, denn jeder wollte die drei Würfe mit der besten Weite erreichen, um die tollen Preise zu gewinnen. Hier wurde über die Wurftechnik diskutiert. Manch einer versuchte auch, sich von den Vorgängern etwas abzuschauen. DJ Böhme begleitete den Nachmittag des Events mit seiner Musik. So, unsere Schlange steht an mit den Bäumen, groß, klein, die Vielfalt ist groß und denke ich mal auch diese Weite, die hier zu erreichen ist. Der Maßstab ist hochgesetzt momentan bei den Männern über acht Meter, bei den Damen über sieben Meter und das ist ein sehr guter Wert. Man kann sehen, wie es dann abends wird. 18 Uhr war Schluss und es folgte die Auswertung. Insgesamt zählte man beim Weitwerfen 179 Teilnehmer. Überraschend war der weiteste Wurf nicht von einem Mann, sondern von Marion mit 15 Metern. Somit sicherte sie sich bei den Frauen den ersten Platz. Platz 1 bei den Männern mit einer Weite von 11,40 Meter ging an Markus und Platz 1 bei den Kindern an Niklas mit einer erstaunlichen Weite von 10 Metern. Der Werbering Saalfeld veranstaltet zum 14. Mal den Saalfelder Weihnachtsbaum Weitwurf in der Fußgängerzone. Viele Saalfelder Geschäfte haben dazu beigetragen, dass diese Veranstaltung so erfolgreich ist, wie sie heute war. Es sind sehr viele Leute glücklicherweise da und wir sind unheimlich froh darüber, dass wir nach vier Jahren den Weihnachtsbaum Weitwurf wieder in Saalfeld stattfinden lassen und hoffen, dass wir nächstes Jahr den Weihnachtsbaum Weitwurf zum 15. Mal stattfinden lassen können. Wir freuen uns schon auf das nächste Weihnachtsbaumwerfen, das im nächsten Jahr dann zum 15. Mal stattfinden wird. reminds mich nicht heute, was ich noch zur Freunden haben. Ich hatte nichts möglich, denn es ist vielleicht nicht lange nicht möglich. Ich habe nur vergessen, dass wir hier unten auch nichtbooks haben. Aber jetzt Monitor sinken würde mir. Also in der Winter und die Haut GUY aconteßen wollen, Mit toeschenpauschen werde ich auch nicht через διαwe bilenzieren,